Mahlzeit Leute! Willkommen auf CrackholeTV! Heute machen wir eine mega super duper ultimative Fresschallenge und ich würde sagen jeder stellt mal seine Zutaten vor. Also ich beginne mit, also erst werde ich die Girazzo-Sauce essen oder probieren zu essen. Wie heißt das? Ihr kennt es bestimmt vom Döner, die scharfe Soße ist sogar sehr scharf. Ich werde probieren so viel wie möglich zu essen. Und danach gibt es ein schönes Glas oder die Flasche Sonnenblümel. Ich probiere die wegzuechsen. Oh Gott! Ja, bei mir gibt es eine ganze Zwiebel, die wiegt locker 10 Kilo. Die ist riesengroß. 50! Anschließend werde ich hier diese rote Peperoncini hier verputzen. Die sind sehr scharf. Könnt ihr vielleicht lesen da, steht stark. Genau. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, ich versuche es. Und am Ende noch alles zum Runderspüren. Bisschen als die Tromsaft. Das brauche ich euch nicht zeigen. Genau. Und jetzt? Ja! Also ich fange mal an mit der Vorspeise. Sattbockwürstchen eingelegt in Wurstwasser. Und ich werde das ganze Wurstwasser hier trinken. Was ist alles jetzt? Ne, das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch eine herkömmliche Ananas, die ich spontan entschieden habe zu essen. Ja, das wird schon. Die wiegt schon einiges, ne? Ja, Chiquita. Chiquita. Was ist los? Also, erste Runde Sriracha Soße. Round 1. Fight! Was ist da los, Mann? Gar, das geht los. Das ist alles. Mal riechen, ey. Boah, Alter. Perder, wie ist er? Perder, schwein, du. Du bist wach, der. Komm, zieh. Lach nicht. Lach nicht. Lach nicht. Vor allem. Oh Gott. Wurde ich sagen, ey. So brennende Hafer, schitz. Mann, wie ist das alles, ne? Ich hätte es schon zu machen. Ich hätte es schon zu machen. Rechts oder neben der Seite. Alles klatscht. Alles klatscht. Jetzt kommt das Wasser los. Oh, rein. Go, 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 go. Komm, komm. Läuft es raus, läuft es raus. Oh, rein, auch rein, noch rein, Alter. Go for it! Ich bin der Nummer 1. Komm jetzt, komm, da ist noch, da ist noch. Komm, setz dich ab, los. Wie ist leer? Wie ist leer, seht ihr das? Genau, man sieht schon, man sieht schon. Oder nein, nein. Wie ist leer, seht ihr das? 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 Wie ist es? Ja, okay. Nur einig. Wie code. Also... Würstchen Wasser die erste. Oh nein, meine Augen kriegen noch mal. Ex sofort, Ex ist einfach, Ex ist einfach. Ex ist einfach. Ex, 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 Ex. Denk an was anderes. Denk an was anderes. Nicht kotzen, nicht kotzen. Hör auf zu spucken, wie ihr seid, Mann. Nicht kotzen. Hör auf mit den Vierte, Mann. Nicht kotzen. Gibt du die Kajar, Mann. Also Leute, Mahlzeit. Schauf halt den Dettel. Richtig. So fest. Ja. Sauern. Ja. Schauf halt den. Dettel. Woh. Ja. Hallo. Na ja. Nie lehm. Na ja, nie lehm. KJAX. Lass mich mal. Wie ist das? Fasten! Du hast es, bro! Thanks, man. Fuck it. Wait, wait... Das ist hart. Wie geht's? Die Comments! Sei du ruhig, Mann. Zeig mal ruhig, Mann! Fuck! Yeah! Yeah! Wie geht's, Mann? Team Womit! Der muss schaffen. Denk am Ex, denk am Jeff Green. Denk so. Und jetzt schlucken. Krass. Das ist der Garlick, Mann. Nein! Okay, das lassen wir noch gelben. Ich hab jetzt hier noch meine letzte Zutat. Das ist eine Zwiebel, die werde ich jetzt wie ein Apfel versuchen zu verspeisen. Das mal schälen und zweifeln. Und den Magen mir ausgepumpt werden. Okay. Das ist ein bisschen zurück. Oh, super, super! Um, super, super, super! Oh, super! Oh, super! Hey! Okay, das ist das ganz schön. ? Rechtlich. Würdest du die ganze geschaffte Dinge, wenn du vorher nichts anderes gekommen hättest? Final round. Was? Also, ich brauche mich jetzt hier an die anderen aus Rund. Komm unten, jetzt los, 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 los. Weiter, 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 ja. Jetzt zieh mich hierher an von oben rein. Ja. Schmeckt's? Trinkst du erst was? Ja, das ist gut. Also... Schau dir eigentlich was. Die Schale, ne? Bedenken. Ja, du. Ach, du. Oh, du. Ja, du. Ja, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Ja, es war ne ganz verfickte Soße, Mann. Ja, du wolltest die Soße trinken. Ja, trinkt die Soße. Ja, was ich wollte. Einfach Leute. Das Ding liegt 30 Kilo. Ungefähr. Ungefähr. Ich hab ne Runde geschafft. Aber das ist echt steinhaft. Da ist es richtig tief geworden. Da hab ich richtig rein geblüßt. Ah, ein Boden. So Leute, das war jetzt die Mega-Ultimate-Challenge. Wir haben es versucht. Einiges haben wir geschafft und einiges auch nicht. Bei einigen ging es halt auch nicht weiter. Weil es ist echt hart. Ja, also falls ihr noch Vorschläge habt, was wir essen oder sonst krankes machen können. Genau. Gibt uns für solche Challenges auch Vorschläge. Die brauchen wir. Kommtieren einfach. Kommtieren einfach. Kommtieren einfach. Kommtieren einfach. Kommtieren einfach. Alles. Facebook, was ihr wollt. Facebook steht unten. Ihr könnt auch gerne meine Zahnarztrechnung teilen. Ja. Und falls ihr unsere andere Videos noch sehen wollt, die sind hier, glaube ich, verlinkt. Oder auf der anderen Seite. Das schauen wir dann. Ja, das war jetzt die Ultimate-Challenge und wir wünschen euch noch viel Spaß. Nicht vergessen zu abonnieren und zu kommentieren. Hat richtig Spaß gemacht. Also auf rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.